Sie sind mit dem Ärztefon verbunden, dem medizinischen Notfalldienst des Kantons Zürich. Wegen großer Nachfrage müssen Sie mit Wartezeiten rechnen. Falls Sie Fragen als Mitarbeitende des Gesundheitswesens haben, drücken Sie die Taste 1. Falls Ihr Anliegen ein Kind bis 16 Jahre betrifft, drücken Sie die Taste 2. Ansonsten bleiben Sie am Apparat. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.